Musik Musik so these are makua makua habantu speaking from south part of tanzania mtuwara and makua the third president of tanzania mkapa whose death last month is from the makua tribe from rindi mtuwara and the origin of these makua are from mozambique so here in tanzania there are more than 2 millions of people and the makua cultivates grandnars cash nuts and also they have two houses one house belongs to it's called indure it belongs to parents and the daughters and there is no separation of rooms but this one also belongs to boys when boys reach 13 years old they stay in this house so they share food together here with their parents after getting married they depend themselves and the parents when they get visitors they share together in this area so during night boys remain here and during night they make fire outside to chase away with the animals like lion and leopard because the boys was regarded as a security of the family sure yeah do you have a culture like this in your country yeah to make sure that when the boys grown up up to 15 to 15 they need to live alone out of parents with the daughters so daughters are supposed to get their husband when they reach how many years 13, 14, or 20, 18, 18, 18, 18 try 25 25 okay after getting education or not after building a career it's a new age people having children and family later on in life he's about 14, 15 so in Tanzania even in Africa most of the country women are supposed to get their husband when their parents say when they say yes it's okay if they don't accept they're not allowed to get to marry until the parents support you and respond it that's for the boys and the girls yeah both boys and the girls so you stay with the parents and the parents can say now you need to get married so they can you can find yourself by this time you can find yourself by that time they find it themselves they find your husband yeah they find it for instance me they find my wife so they can say this is wife for you it's supposed to be with you do you have to accept yeah you accept because they they just see there is no heritance disease it should be a honey worker no selfless or illness you can't you can't neglect you must respond yeah so that is the culture this culture is exist until today it's existing until today most of the tribes especially in my tribe they support you when you want to marry you need to first nowadays you need to have money first to pay for bloody price others they pay cows and for spuma you pay cow according to the skin care of of the woman if for instance if i want to marry a skuma i need it if she's in white i pay many cows i can pay fifty hundred cows fifty hundred cows yes five hundred cows if she's black i pay few cows so the demanding cows that's foolishness according to the skin color of their daughter really? so why less for dark skin than white yeah what 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 do you mean? light skin some white people made that one up made five hundred cows wow what about this? uh blacker you pay a few cows why? you can pay five or three they demand it we got that brown paper bag thing going on in america that is their traditions and custom yeah that's their traditions and custom so say that one more time say that one more time light skin yeah light skinning many cows five hundred cows you pay if she's blacker you pay five two three cows that is the tradition the custom of school the current and the the skuma i'm sorry is that with your culture i mean with your tribe too in my tribe you pay according to the standard education of their wife yes if she go to university they say you pay according to the standard level education of you our daughter otherwise and they ask you first they ask you about about your education status if your education is low is low and you want to take a doctor a professor they say please just go and be prepared well then you'll come back means you need to go to study more and if you have the same level education they say please you know we take your daughter from standard one up to university we pay a lot of money so are you ready to pay according to the standard education of your daughter if you can't afford it you go and before when the daughter gets the husband they say call him here so you stay here they stay here they ask three questions one is what tribe are you coming from in my tribe in higher tribalism is very important and what kind of education do you have as well as what standard level education do you have or are you a worker employed yourself or government employed so you need to answer these questions otherwise if they accept you are in if they don't accept you we must go work on those things yeah I want to tell you the houses from you yeah from the house yeah we discussed it making some modern hair very modern hair yeah I love you thank you yeah 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 lajefora on environmental is everywhere yeah 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 Ich schreibe die Tür. Ja, mit den Körnchen. Die Tür. Ja, mit dem Lauf. Ja, mit dem Lauf. So, das ist so schön. So, was du hier? So, was du hier? So, das ist 15 Jahre? Ja, die Stöne für die Stöte. Ich habe die Stöte. Diese Arbeit war speziell für Frauen. Männer sind nicht die Arbeit. Wenn sie das tun, dann die Gemeinschaft glaubt, dass die Männer die Meinung des Mannes verändern. Diese Arbeit war speziell für Frauen. Aber heute ist die globalisation, dass sie alle machen können. Auch für die Küche, auch für die Arbeit, war es nur für Frauen. Männer sind nicht die Arbeit. So... Das sind... Mwera von Rindim Tuara. Mwera Bantu spricht von Rindim Tuara. Sie sind in der Kostow-Ariah hier in Dali Salamo. Und Mwera, der aktuellen Prime Minister der Tanzanien, Kasim Majaliwa, ist von Mwera von Rindim Tuara. Und Mwera folgt ein soziales System. So, Mami, sie ist die Familie und die Familie ist die Mutter. Und sie haben eine große Haus in der Familie. So, Sie sehen die Mädchen, die Mädchen, die Mädchen, die Lieblings, die Lieblings und die Lieblings. Aber Sie haben auch zwei Haus hier. Eine Haus ist mit Elefanten Glas und die andere mit Coconut Glas. Aber sie sind die gleiche Kostow-Ariah, wie in Mwera, wie in Mwera. Und Mwera, sie haben eine besondere Hunde. Das Hunde ist für die Spirit von Gott. Und sie haben eine besondere Hunde, wo sie mit ihren Ancestoren verbinden. Und sie wissen, was passiert ist mit der Familie. Also, sie haben die Familie, die Familie, die sie mit ihren Ancestoren verbinden. Und sie sagen, die Familie, die sie mit ihren Ancestoren verbinden. Und sie glauben, dass sie keine Krankheit gibt, keine Todes. Und die Familie ist sicher. Und wenn sie jemanden mit ihren Ancestoren verbinden, vielleicht ist sie die Frau von deinem Freund. Und sie haben nicht vermittelt von dem Ancestoren verbinden. Und sie haben sie mit ihren Ancestoren verbinden. Until there. Then you get a permit, you get a pardon from that yard. This is a boy's room. And here is a bed sheet. That's a bed sheet from the Hinabaka tree. Here is the living room. And here is the master parent's room with the living room. This is a scoop for fetching water. It's from coconut. And these are quarters made from the Hinabaka tree. These are the fikers coming here, as I told you before. These are hard-shaped tools and a handy hole for doing the land in the farm. But here is the walking which supported the aged men when they want to stand up. So it supported the aged men when they want to stand up from down up to down. Yeah. And these are trainers for filtering local beer, juice, and the others. You sit, please. So here you can take a picture. You can sit and take a picture. The big bears in that place are needed for birds. Green bears? Oh, birds still. You better do no bear. So one of the houses is from the mainland and the other is from coastline. That was real good. Thank you, man. Thank you. This is actually supposed to be a good idea. It's a good idea. Oh, you. You too. 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 Oh, sorry. So, they have boat. This boat, they use it for transporting and for fishing activities in the sea around the Reiki Nasa. So, this is a paddle which supports the movement of the boat. So, they push water back, then they allow boat to move forward. This one is for balancing the boat. This one is for balancing the boat. Do you ever travel with a boat like this? No, 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 no. Yeah, this one sometimes is very dangerous. So, there is a blue wave. You know blue wave? It's a blue wave here. Yeah. So, it can come to boom. Then it's sinking. So, they get food. I've never seen a downturn. It's a wooden boat. Yeah, it's making... These are one thing. It's a one thing. y'all, six, six, seven, six, six, six... Mango food. Aaaaaaaaaah! Do you think... Aaaaah! Es fattet sich dann ein Horst, versteckt sich doch die Frau von Bagamoyo an. Die Frau von Bagamoyo sind angetete, die 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 Präsidenten der Tanzanien, Jakay des Kung-Kuette, von Bagamoyo, zu den Frau von Bagamoyo, so gewann eine Frau, die Frauen von Bagamoyo abweist, Sie leben in einem Haus und haben einen Mann, aber sie leben freiwillig. Das war in der Kirche, während der 17. Jahrhunderte sie mit der Wakamba aus Kenia, und sie sie frisch auf der Wurrung. So sie nennen sie Cannibals. Das war in der Kirche, die in der Kirche verletzten, durch die Frustation von Kinyamkera und den Sartanischen Schrein. Sartanische Schrein ist ein Riffel-Hoster. So wenn jemand sicker ist, die Tupuhimua und Kinyamkera für die Behandlung. So Kinyamkera verletzten, wie Heideki, Malaria und andere Schrein. Aber wenn sie nicht gut verletzten, sie verletzten in ein Sartanischen Schrein. So Sartanische Schrein verletzten die Kriterien, die in diesem Kinyamkera verletzten. Und wenn sie in der Kirche verletzten, dass sie etwas von der Familie kommt. So was sie tun? Die Kirche verletzten sie auf die Kirche zu finden. So sie verletzten, sie finden die Kirche von verschiedenen Kirchen, in der Kirche von der Kirche. Und sie verletzten diese Kirche für die Kirche. Und sie verletzten die Kirche von der Kirche. So sie verletzten sie, dass sie keine Krankheit, keine Todes, und die Familie ist sicher. Und wenn jemand sterbe, sie verletzten sie, um ihn zu Hause zu werden. Das ist für die Kirche. So die Kirche verletzten sie, und sie verletzten sie für die Kirche. Und die Kirche, wenn sie 11, 13 Jahre alt sind, machen sie ihre eigene Haus, aus ihrer Eltern. Also sie verletzten sie mit ihren Eltern. Und nachdem sie verletzten sie mit ihren Eltern für eine Jahrzehnte. Nach einem Jahr, sie verletzten sie. Sie sind verletzten sie, aber sie bleiben mit ihren Eltern für eine Jahrzehnte. Ja, mit ihren Eltern für ein Jahrzehnte. Ja. Die Kirche ist mit ihren Eltern für eine Jahrzehnte. So die Kirche ist für die Kirche mit ihren Eltern und zerstört durch die Kirche. Und der dritte ist für die Juni für die Kirche mit ihren Eltern und zerstört durch die Kirche. Ja. Du kannst es auf der Seite sehen. Du kannst es sehen. Du kannst es sehen. Das Seite ist für die Senior. Das Seite ist für die Senior. Ja, die Kinder und die Kinder. Ja, die Kinder und die Kinder. Die Kinder sind auf der Stolz. Für die Kinder. Und in diesen Büchern haben sie auch eine Küche. Die Büchern benutzen sie als Küche? Ja, sie haben eine Küche. Die Kinder sind nicht. Also, die Senior-Wife. Wenn du die Senior-Wife schauen, ist das sehr schön. Die Senior-Wife hilft die Junior-Wife? Ja, es ist eigentlich egal. Es ist egal, der sie hat. Aber denn sie sind Muslim. Sie brauchen sich in der Stolz. Auch wenn die Geld gibt, sie ihnen die Bedingungen. Sie haben sie in der Stolz. Aber wenn sie sich nicht möchtet, kann sie sehen, dass sie weniger sehen können? Ja. Sie können nicht sehen. Nein. Ja. Und die Juni ist das gleiche. Und was ist das? Eine Bede? Ja. Die Bede sollte hier sein. Weil es vieles ist. Und das ist warum sie es. Sie können sich nicht mehr so auf die Nacht zu schicken. So wenn sie am Abend sind, kann sie sich nicht mehr so auf die Nacht zu schicken. So wir sehen uns schnell, wenn sie sich nicht mehr so auf die Nacht unterziehen. Ich sehe. Sie legen es auf die Nacht. Ja. Multitasking. Ja. Sie kommen aus. Ich bin der Geist. Okay. Can you work out? Yeah. No, thank you. Okay. Okay. Oh, my God, that is so funny. Yeah! Oh, my God!